Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 20. September. Heute dabei Telegram X, Amazon Echo Sub, Amazon Smart Plug, Amazon Go und Amazon Scout. Ja, nach Apple und Google haben wir heute anscheinend eine Daily, die sich auf Amazon fokussiert. Ich hätte es nicht erwartet, aber es ist wirklich passiert. Reiner Zufall. Aber beginnen tun wir einmal mit Telegram. Der sehr populäre Messenger, der existiert ja in zwei Versionen seit letztem Dezember. Einmal Telegram und einmal Telegram X für iOS. Telegram X wurde in Swift, der Programmiersprache von Apple, entwickelt. Und jetzt wurde bekannt gegeben, dass es ab sofort, mehr oder weniger, nur noch Telegram X geben wird. Beziehungsweise Telegram X wird halt weiterentwickelt. Und das ist die Version, die man dann entsprechend nutzen sollte. Und Telegram wird mehr oder weniger damit gekillt. Und ja, auf jeden Fall wenigstens eine eindeutige Entscheidung. Das ist immer gut. Und dann können die Nutzer von Telegram sich zumindest daran gewöhnen. Und ja, es sind glaube ich zwei Wochen Zeit, in denen der Übergang geschehen soll. So, und jetzt kommen wir zu den Amazon. Ich wollte sagen zu den Amazon-Wochen, aber es ist ja nur der Amazon-Tag. Einmal gibt es ein, ja, noch als Gerücht, ein Amazon-Event. Diesen Monat noch. Und da wird Hardware fortgestellt. Und zwei von den Hardware-Produkten wurden schon geleakt. Das ist einmal der Echo Sub. Und so ähnlich, wie es sich anhört. Es ist ein Subwoofer, in dem man entsprechend zu einem Echo oder einem Echo Plus hinzufügt. Und das zweite Produkt, das ist der Amazon Smart Plug. Und so wie der Name es auch schon vermuten lässt, es ist eine intelligente Steckdose. Sprich, einfach ein Adapter, den man in die Steckdose steckt. Und damit kann man die Steckdose dann entsprechend auf An- und Ausschalten im Amazon-Universum. Und Preise wurden auch geleakt, wo der Subwoofer bei 99 US-Dollar liegt. Was, ja, durchaus realistisch ist. Aber die Steckdose liegt bei 125 Dollar. Und da denkt man sich echt, das kann doch nicht sein. Also ich meine, smarte Steckdosen. Genau, so spricht man es korrekt aus. Sind jetzt nicht so der Brüller. Und ich finde die auch schon bei 40, 50 Euro überteuert. Aber 125 Dollar, bitte Amazon. Ich glaube, ja, wie gesagt, es ist ein Leak. Dass zumindest der Preis nicht korrekt sein wird. Die Geräte, glaube ich schon, die werden so kommen. Nächstes Thema von Amazon. Amazon Go. Das sind ja die Läden, die Amazon hat. Mittlerweile fünf Stück. Drei in Seattle, einer in Chicago und einer jetzt mehr oder weniger im Aufbau in New York. Wo man reingeht, sich einmal kurz registriert, einfach die Sachen aus dem Regal nimmt und wieder rausgeht. Und das wird automatisch gezahlt. Da sind jetzt weitere Pläne aufgetaucht, wie das US-amerikanische News und Business-Magazin Bloomberg berichtet hat, dass Amazon plant, bis zu 3000 Läden bis 2021 zu öffnen. Und es wundert mich nicht, weil warum würden sie es sonst überhaupt damit testen. Andererseits, es ist natürlich auch eine Preisfrage, denn bislang kostet so ein Amazon Go Store eher an die eine Million US-Dollar an Hardware. Und bis das reingeholt ist mit Verkäufen, es dauert ein bisschen, glaube ich. Also, schauen wir mal, ob das was wird. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, an dem ich auch persönlich interessiert bin und wir euch im Geek Talk natürlich weiter informieren werden. So, nächstes Amazon Feature, das ist der Amazon Scout. Man bekommt ja Vorschläge von Amazon, was einen interessieren könnte und meistens liegt das ja mehr oder weniger auf der Hand, weil man ein ähnliches Produkt vorher gekauft hat. Da ist der Algorithmus relativ simpel gestrickt. Aber jetzt gibt es den Amazon Scout, wo man auf einer Webseite Vorschläge bekommt, bislang noch zu einem sehr überschaubaren Produktbereich, zum Beispiel Möbel. Wo man dann so einfach sagt, ja, das Möbelstück gefällt mir und gleichzeitig verändern sich die nächsten Fragen, wo man dann immer wieder Ja und Nein mit einem Daumen hoch und Daumen runter sagen kann zu Möbelstücken. Und entsprechend Vorschläge aus dem Sortiment bekommt. Ja, ob man das jetzt auch wiederum so spannend findet, weil wenn man so auf ständig Ja, 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 Nein, Nein klickt, da könnte ich mich eigentlich, wenn ich jetzt einen Tisch brauche, auch ganz normal durchs Amazon Portfolio durchsuchen, indem ich einfach Tisch eingebe und dann selber entscheide, was ich haben möchte. Nichtsdestotrotz, auch wieder ein spannendes Feature, Amazon arbeitet an allen Ecken und Enden und ich finde es gut und das war es dann aber auch schon für heute. Also es war ein ruhiger Newstag, also kommt gut in den Donnerstag rein und ich hoffe, wir hören uns zum Ende der Woche morgen noch einmal. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.